Wiedersehen. Wiedersehen. Boah, der Snatter macht so viel Schaden, ne? Fick dich, du Missgeburt. Fahr. Hm, na komm, hinterher weg. Hast du da noch bei dir einen auf Ecke? Nein, hab ich nicht. Ach, da bist du. Warte, okay, Geronimo. Und du den, wenn ich direkt in dem Moment killen erschossen hast. Du ach mal, Junge. Richtig müde, Matt. Ja, diese... Ich kann nix dafür, war ich nicht. Hab mich nicht gesehen. Noch nicht. Hier, nimm du mal die Spritze. Welche? Hier. Hier bei mir. Ah, bist du. Na nimm mal du Spritze. Hm. Ach ja. Ich hab schon wieder die gute Mutition verbraucht. Hm. Ah, ich glaub der Typ hüt'n einfaches Ziel da oben. Ja. Welchen meinst du jetzt? Der ist auch schon tot. Ach so. Ach so. Na, wo kommen sie? Schuss auf da. Weg. Weg. Oh, Yolo. Oh, Yolo. Was zur fuck. Und schon wieder in den Kopfschuss. Ja. Warum macht ihr immer so'n Stress? Weil die bescheuert sind. Deswegen. Nerven die immer so. Hier ist da hinten jetzt noch ne Kiste, ne? Kannst du da mal reingucken erstmal. Ja, ich muss grad hier mal ein bisschen austoben, ja. Ja. Oh, da unten, ne? Was sag ich da unten, ne? Was sag ich da unten, ne? Gut. Ja, wenn... Was ist denn da Interessantes da? Ne Schrot und nur was anderes. Guck doch selber. Ja. Weiß ja nicht, was du für Werte hast. Ich hab grad gleich, warte. Ich hab erst andere Werte. Im Scheißhaus. Uninteressant. Uninteressant. Uninteressant, uninteressant. Kannst du hier auch runter. Hallo. Okay. Da unten bei dir. Hier hinten hin. Da ist noch eine. Aber ich kann nix davon gebrauchen. Die vielleicht. Aber die auch noch nicht. Obwohl Geld money. Ja, das war klar. Ich hab grad Waffe gewechselt. Wurde grad kommen und die Wabi weg. Hm. Ähm. Die mit der. Ja. Ja, ja. Du bist ein crooked man. So, irgendwo muss das ja... Schule fahren. Aber hier ist noch was für dich. Da hinten im Scheißhaus. Das andere ist wieder so ne kleine Kackhäuser. Hm. Oh. Hm. Ohlala. Was denn? Chigarim, chigarim. Guck rein. Ohlala. Ne. Scheißhaus. Ja. Hm. Nimmst du es mit oder nicht? Vielleicht. Ich hab wohl vielleicht schlecht, aber mal gucken. 29. 30. Nein. Ich lieb's bald besseres. Oh ja. Am besten auch wieder mit so ne schnelle Feierrate. Ja, dann komm hoch. Wie du hast den runtergelassen? Ja. Warum? Warum? Wollen wir zuweiter genervt werden, dass er rumheult? Ja. 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 So, aufrüsten. Jetzt geht's. Hier haben wir unseren Speicherformulier. Ja, genau. Ja, clap, 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 clap. Hier. Oh ja. Kommission. Oh ja. Und was verkaufen? Hm. Die bräuchten. Guck. Was brauchst du? Die bräuchten mehr. Guck dir mal das Schild an. So. Hm. Ja, aber Ladegeschwindigkeit 13. Na lass mal. Wie viel hat Mainz denn? Weiß ich grad gar nicht. Mainz hat 14. Also eins weniger. Mainz hat... Mainz hat 21. Ja, dann würde ich sagen, hol ich mir das trotzdem. Boah, das ist besser als das andere. Sonst. Ja, hab ich damals gecheatet bei dem. Schlecht. Ja, hab ich immer hier zwischengestanden. Immer so. Und die konntest du immer drüber schießen. Schlecht. Ja, was denn? Ich bin, ich glaube, damals mit Level 5 bin ich hier hingewasht. Ja. Ich hab mir gesagt, so YOLO. Ich hab mir gesagt, so YOLO. Und so. YOLO würde ich sagen, ne? YOLO. YOLO. Bah, ich brenne. Oh. Oh, da ist Feuer. Ja, da ist Feuer. Bin tot. Oh. Doch. Wenn ich mich weile, krieg ich mich sogar noch geheilt. Oh, ja. Ich frage nicht, wie ich das geschafft habe, aber... Ich hab's auch geschafft. Ich hab den direkten Kopfschuss geschafft zu verpassen. So, erstmal hin. Der mit seiner hässlichen Feuerwaffe, ne? Mh. Bah, ey. Ich glaub, du verreckst jetzt, ne? Ja. Aber ich zieh mir noch ein paar Leben ab. Boah, ey, der hässliche Vogel, ehrlich. Ich zieh mir noch ein bisschen ab hier. Mhm. Du kannst ja ganz schnell gleich da herkommen, weißt du, ne? Ja, ich weiß. YOLO. Er kommt ja zu mir. Ja, meine Schrott, die sind nämlich alle. Ich weiß jetzt nicht, wo ich starte, auch hier unten. Du lebst noch, ne? Bah. Ja, ich lebe noch. Ich beile mich. Ich stehe hier noch hinten in der Ecke. Ich beile mich beile mich beile mich beile mich bei dem Munition schon einkaufen. Ja, komm, schnell, der ist gerade gestand geliehen. der steht da vorne was war da hinten ja was ist das so hier ja da als maulung ernsthaft oh ne jungs kommt nicht zu mir er kommt zu mir ja und ich hab die brennenden psychos bei mir ne er kommt jetzt zu dir wieder ich hab immer noch Glück ein bisschen ouch aha jetzt kriegt er was aus dem Maul ne 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 warte nicht die töten ups hinter dir hinter dir oh lad doch nicht nach lad doch nicht nach komm komm ich schaff das dich zu beleben weg da weg da boah ey war das knapp gleich wieder eingesackt aber aufm auch nur im zufall rückwärts gegangen kannst du meinetwegen aber auch haben die scheiß feuerwaffe das ist wieder eine pistol 50er magazin ja ei die sind nervigen Affen tust du doch nicht mal ganz genau kann aber auch knicken weil ich brauche ne schnelle feuerwaffe keine langsame ne die ist langsam sie ist ja die macht ja tick 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 ja ich hab gerade kannst du knicken ich brauche die nicht ich brauche ne schnelle feuerwaffe oh ernsthaft jungs was ist mit yolo mit euch weißt du den hier vorne naja so wo ist mir hier jetzt nochmal hin ich weiß es nicht ach klapp klapp kommt angeschissen ja ich will aber nicht so im schiff hinten gibt es nämlich auch noch loot soweit ich weiß wo da hinten dann lass da hin sonst macht vier schuss warte wenn es offen geht die seitengänge sind meistens offen ja ich weiß dass in der spätere mission die klappen sowieso offen sind ja 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 hier ist nix auch ja eigentlich gehen sonst links noch rechts die klappen offen du musst nämlich da wo der dach ist es ja dieser drachen kopf nein da muss du an diesem hebel ziehen da wo feuer rauskommt wie sie denn das ist eine mission ok ne die sind aber feier phoenix heißt sie oder irgendwas mit feier auf jeden fall ok so das kommt wahrscheinlich gleich noch ne die kommt etwas später so die kommt so mit level 30 oder so ach schon ich guck mach nur offen hm schilder schilder holen wir hier hole du hast die ganzen schilder eingehen achso nein ja warte doch mal befe... achso ich nimm nur die munition weg ne die schilder sind scheiße du sagst dir die einen nur für zu verkaufen ich lass sie dir jetzt übrig ich bin ein netter mensch ne bist du gar nicht ja du sag weißt du ich lass sie da du sagst gleich alle vier gleichzeitig ein ja hast du hauptsache YOLO ja klar weißt du doch hauptsache YOLO mhm nein 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 Geld money 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 hast du auch Geld bekommen? ziffer money ja kommst hier hab ich damals gefällt ganz ehrlich wieso hier wollte ich nicht über dieses Ding gehen da hab ich dann mal drüber gesprungen lande genau mitten unter dieses Ding rein hier schlecht ja hab ich mir auch gedacht voll schlecht upgrade tap ja mhm gab es denn auch tokens tokens nachladegeschwindigkeit auf jeden fall ich hab kein token bekommen ich hab zwei dauert bei mir noch ein bisschen ich will nicht mit dir handeln ich will nicht mit dir ich will auch nicht mit dir willst du reisen? ja dann müssen wir bescheisen reisen beschissen beschissen gerissen jolo yolo mhm 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 schon so knallfrosch ne? nein nein hat sie gerade nein sagt ihnen anheimlichen was wir für meine Heimkehr-Parte besitzen ich bleibe hier bis wir alles geschafft haben jetzt ist bleibe nur gewiss feitest Kerle aber nur die ich will abartig übergewichtige mit pflanzwarte hoch und abweller wie viele sehen diese Ekelbrotten und zeig stehe ich da wie eine 1 auf einmal heißt es rief jäh aber ab du Gewerberroboter du fäderst mich an wieso teilst du? ich verstehe wie das Roboter weinen können pass auf für mich dich lachen ja aber nicht wie der Schuss oh Gott was ist es da Motorhöl ist so behindert ne haha ne 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 tschüss ne ne tschüss ne 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 oben ist das dann abgestürzt ja die ist abgestürzt nein oben oben standen wir dann und dann ist man pc abgeschmiert aha ach nee catch a while hat er bei dir auch in der luft rumgespackt weil der auf den eiskopf das hat er eben und ich wollte gerade sagen ich schon wieder ein bad ass bin ich so ein richtiger fan von den dingern ja das stimmt